Schüttel und Schwestern, das Evangelium, das wir gehört haben, ist ziemlich klar in der Aussage. Es geht darum, dass es irgendwelche Richtlinien gibt in unserem Leben und hier betrifft es das geistige Leben, den Gottesdienst. Und die gilt es einzuhalten. Aber wir Menschen sind so, dass wir dann viele zusätzliche Vorschriften machen, weil wir merken, so funktioniert es nicht. Und so weiter und so fort. Und irgendwann sieht es beim Volk Israel so, und Jesus bemerkt das, dass viele der Vorschriften, die sie für heilig, wichtig und notwendig halten, eigentlich sinnlos sind. Sind Satzungen von Menschen und sind Lasten, die niemand tragen muss. Das war eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr einmal Kochschinken gemacht habt. Kann sein. Es ist keine große Kunst. Aber es gab ein Ehepaar, die hatten keine Kinder. Die waren alleine. Und zu Ostern haben sie sich immer einen Kochschinken gemacht. Und das war so eine Tradition. Und komischerweise hat die Frau immer von dem Schinken, also von dem schönen Teil, so die Enden ein bisschen abgeschnitten. Und der Kochschinken war eine schöne Tradition zu Ostern für die beiden. Aber der Mann hat irgendwann gesagt, nach einigen Jahren, du weißt du was, eigentlich ist dieser Schinken ziemlich trocken und schmeckt nicht so gut wie der, den man im Geschäft kaufen kann. Warum? Und die Frau wusste keine Antwort. Hat dann die Mutter gefragt, wie sie den Schinken macht. Weil sie hat gemeint, sie macht den Schinken wie ihre Mutter. Und die Mutter hat es bestätigt. Ja, sie macht es genau so. Sie schneidet da etwas ab und in den Topf und macht, was dazu gehört. Haben keine Ursache für die Trockenheit des Schinken gefunden. Gott sei Dank ist die Großmutter noch am Leben gewesen. Dann haben sie sie gefragt. Und sie hat gesagt, naja, eigentlich hatte ich nur einen kleinen Topf. Deswegen habe ich immer den Schinken ein bisschen abgeschnitten. Und das war der Grund, warum durch zwei Generationen lang die Leute in der Familie einen Schinken gegessen hatten, der nicht besonders gut geschmeckt hat. Frag dich selber, also schau mal, geht es um Gottesdienst in der Bibel vor allem? Aber im Alten Testament gibt es auch viele Vorschriften und Satzungen, die es regeln, wie wir miteinander umzugehen haben. Und eine Sache ist, sich zu überlegen, was in meinem Glaubensleben solche leere, sinnlose und nicht besonders schmackhafte Vorschriften sind. Und als eine Richtlinie oder Richtwert, den du nehmen kannst, ist so ein Satz, Gott führt dich immer in die Freiheit. Gott will dich nicht einengen. Und wenn etwas in deinem geistigen Leben, was denn anscheinend nach eine sinnvolle Vorschrift ist oder ein Gebot, dich wirklich einengt, dann ist es das erste Anzeichen dafür, dass du dich fragen solltest, ob wirklich dieses Gebot oder diese Vorschrift von Gott kommt. Oder ob du das dir selber gemacht hast. Aber das ist nur das, was den Glauben betrifft. Das, was Jesus seinen Jüngern heute sagt, ist viel weiter. Und da geht es wirklich um Gewohnheiten, die wir mit den Jahren uns aneignen. Ich habe so eine Gewohnheit in der Früh, wenn ich zu Hause bin, dass ich mit meinen Mitbrüdern so ungefähr bis neun Uhr nicht spreche. Nicht, weil ich so fromm bin, sondern weil mich vor neun Uhr normalerweise alles nur nervt und ich dann mich nicht immer beherrschen kann. Da halte ich lieber besser meinen Mund und sage nichts. Und das verstehen meine Brüder nicht immer. Und ich merke, diese Vorschrift, die ich mir gemacht habe, ist nicht immer sinnvoll. Weder für mich, noch für die Mitbrüder, mit denen ich mein Leben teile. Frag dich selber, welche deine Gewohnheiten sind so wie die der Pharisäer oder meine? Was vielleicht in deinem Familienleben dich wirklich behindert? Manchmal bürden wir den Kindern sehr vieles auf, was wir selber gelernt haben, was an und für sich nicht schlecht ist. Aber vielleicht hat sich die Zeit verändert und es etwas anderes braucht. Oder dein Kind ist einfach so besonders einzigartig wie jeder andere, dass es etwas anderes braucht als du. Oder meine Eltern oder meine Freunde, mein Ehemann, meine Ehefrau. Wie gehst du mit ihm, ihr um? Und was an dem, was du tagtäglich an Ritualen und Gewohnheiten hast, behindert das Leben? Wisst ihr, Gott hat Jesus geschickt, um uns vieles mitzugeben. Aber einer der Gründe, warum Jesus gekommen ist, ich glaube, der wichtigste, ist es, wie Paulus schreibt, um uns von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Und diese Knechtschaft der Sünde, das ist nicht nur das, dass, wenn man sündigt, man das Verhältnis zu Gott stört und den Mitmenschen, sondern wir sind manchmal so wie eine Peitsche des Aufsehers für uns selber und für andere mit unseren Gewohnheiten, Erwartungen und allem Möglichen. Und wenn du wirklich merkst, heute, ich lade dich wirklich dazu ein, überleg heute, was es vielleicht ist in dem, was du tust, was das Leben behindert, was das Leben anderen schwer macht oder dir selber sogar. Man kann sich das Leben wirklich sehr kompliziert gestalten. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber was an dem es in deinem Leben ist und vielleicht kannst du heute eine dieser Gewohnheiten ablegen. Vielleicht fällst du in zwei Wochen wieder, Darwin, aber das ist nicht entscheidend. Versuche ich heute bewusst, dich zu fragen, was an dem, was ich tagtäglich tue, einfach nur sinnlos ist. Ich garantiere dir, eine Sache wirst du bestimmt finden. Vielleicht zwei oder drei oder noch mehr. Aber wenn du eine gefunden hast, dann triff diese Entscheidung, dass du es morgen nicht machen willst und heute. Und du wirst sehen, Gott wird dir zur Seite stehen und dich in eine größere Freiheit führen. Und es kann dein geistiges Leben betreffen oder das Miteinander mit anderen oder das, wie du mit dir selber umgehst oder der Umwelt. Das ist nicht entscheidend. Finde das, was dich wirklich am Leben hindert. Und leg es ab, weil Gott, wie es schon im Alten Testament heißt, ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Er will nicht, dass du wie ein Tote vor dich hinlebst, sondern, dass du herumspringst aus Freude, dass du erlöst bist, dass du befreit bist, dass du Gott loben kannst in allem, was du tust. Aber dafür braucht es auch gewisse Voraussetzungen, eben, dass man sich frei fühlt. Und einiges kann man selber schaffen. Einiges wird dir Gott dazu schenken. Und sei nicht entmutigt, wenn du mehr als eine Sache findest, die vielleicht so ziemlich sinnlos ist. Das bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, nur, dass du vielleicht nicht besonders sinnvoller Beschäftigung nachgehst. Aber das macht dich nicht schlechter oder dummer oder sonst was. Du bist auch nur ein Mensch wie ich, wie viele andere. Also sei nicht traurig, wenn du das suchst, sondern freue dich, dass du es gefunden hast und wegwerfen kannst. Und du wirst das erleben, was die Jünger erlebt haben, dass sie dann frei das Evangelium verkündet haben. Also es bedeutet nicht nur das, was Jesus getan und gelebt hat, sondern dass sie wirklich die frohe Botschaft darüber, dass Gott uns alle befreit, zum Leben verkünden konnten. Das kannst du auch. Aber heute mach dich auf die Suche, was dich daran hindert.